Was machst du jetzt, Fabio? Zeugchen aufzählen? Ja! Gut, wir gehen los! Achtung, fertig, los! Thomas, Thomas, Percy, Arthur, Spencer, Edward, Molly, Billy, Bess & Dess & Fernand, Victor, Freddy, Mavis, Marty & Meg, also Duncan, Rosie, Emily, Stephanie, Schnee, Andreas, Rupert, 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 Musiktank, Döbekar, und ... und ... und ... Hippokar ... und Was-Tam und Wassertank. Und so Börti, Terrence, Thorsten, Elisabeth und Harold. Hast du Freude an dich? Ja! Bravo, Fabio! Super gemacht! Ja, jetzt mit dem Sklade. Ja. Du bist eine sehr lützliche Nocke.